Und hier mit herzlich kommt zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies 2, it's the boat time! Start mir mit Level 5 durch und ich habe irgendwie ein wenig Angst. Überlebe und schütze die bedrohten Pflanzen. Ich hasse solche Levels. Okay, dann nehme ich die Pflanze mit, die Pflanze, die Pflanze. Dann nehme ich die Pflanze nicht mit, die Pflanze nehme ich lieber mit. Dann nehme ich die Pflanze noch mit, dann nehme ich die Pflanze mit. Dann nehme ich die Pflanze mit und die Pflanze. Und los geht's! Dann hoffe ich mal, dass alles funktioniert. Ich hoffe es einfach mal. So. Wann kommt der erste Zombie? Ja gut, nicht so viele Zombies auf einmal, Leute. Nicht so viele Zombies auf einmal. Ich habe eine Pflanze vergessen, die ich mitnehmen wollte. Ich habe eine Pflanze vergessen, die ich mitnehmen wollte. Keine Pflanze Ich habe eine Pflanze. Hier ist alles START! Los geht's! So, wunderbar, 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 wunderbar glaube ich so wunderbar so wunderbar glaube ich wunderbar 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 so lieber eine zweite Reihe Sonnenblumen obwohl ich glaube das lasse ich mal lieber sein wunderbar und da kommt der erste Dünger mehr will man doch nicht mehr will man doch nicht so wunderbar so wunderbar ja muss es ausgerechnet buttern so die verlangsamen wir mal sieht doch gut aus okay da ist es jetzt unmöglich dass alle buttern wow 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 und jetzt wunderbar da kommt hier noch kommt hier noch länger drauf hier lasse ich den Rasenmäher drüber fahren wunderbar wunderbar so hier mal schön gefrieren lassen wunderbar das ist noch nicht so schlimm für mich so die Sonnenblumen tue ich hier mal weg genauso wie das hier so weil das war genau mein Plan jetzt tue ich hier Dünger drauf hier und hier auch oh Gott oh Gott oh Gott oh jemine oh jemine oh jemine komm schon komm schon ich hab's gleich geschafft ich hab's gleich geschooft ich hab's gleich geschafft na los na los na los na los na los ey yes war doch gar nicht so schwer 98 Zombies bleiben übrig besiege Einbarzombies für diese Zombies alles im Eimer weiter geht's Level 6 oh ein Squalling Level okay oh für den Beat so für den Beat für den Beat für den Beat so für den Beat für den Beat für den Beat so aber theoretisch leidet sich die hier gerade total falsch na die will ich da lassen da kommt das hin so wunderbar hier muss Rasenmäher drüber hier muss Rasenmäher drüber so weil das hier wollte ich nämlich so machen weil das gibt Flächenschaden so was kommt da hin so wunderbar 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 nein nicht mal eine schöne Pflanze so wunderbar patz 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 weg mit euch sieht doch gut aus ach die Zombies haben doch keine Chance gegen uns du kommst weg so wunderbar 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 kommt das hier hin sieht doch wunderbar aus wunderbar mehr will man doch gar nicht so so vielleicht kommt die final wave wunderbar wunderbar so schlimm ist das doch jetzt gar nicht mehr vorspulen vorspulen wunderbar 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 patz 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 So, geschafft. Easy going. Für diese Zombies ist bald alles im Eimer. Tja, im Eimer. Weil Eimer uns auf dem Kopf nur. Level 7 Okay. Ich glaube, das belaste ich so. Dann nehme ich hier die Kartoffelmine mit. Die Pflanze darf jetzt nicht fehlen. So wie... warte. Dann nehme ich die Pflanze hier mit. Dann nehme ich einen Eisshooter mit. Und eine Kirschbombe. Los geht's. Wunderbar. So. Wunderbar. Wo kommt der erste Zombie? Sorry. Du kannst in die Kartoffelmine treten. Sieht doch gut aus. Das ist doch wunderbar. Läuft doch schon mal wunderbar. Da kommt hier schon mal der erste Shooter hin. So. So. Und die zweite Reihe Sonnenblumen. Jetzt geht's ein bisschen ruhiger zu. Habe ich gesagt, es geht ruhiger zu. Ich habe mich geirrt. Du kannst in die Kartoffelmine treten. Die friere ich mal ein. So. Wunderbar. Oh. Hilft nichts. So. Wunderbar. 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 Läuft doch schon mal klasse. So. Und kabumm. So. Patsch, patsch, patsch. Dann kommt hier der Beat. Für den Beat. Für den Beat. Wunderbar. Für den Beat. Für den Beat. So. Solange der zu mir lebt, kann ich nicht. Bomben. Ach egal. Bomben. Wunderbar. So. Sieht doch gut aus. Sieht doch schon mal gut aus. So. Wunderbar. So. Dann hol ich hier mal Dünger drauf. So. Wunderbar. 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 Wunderbar, wunderbar. Patsch, 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 patsch. So. Und Dinger halt. For the win! So. Patsch, 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 patsch. So. Na komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Son, 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 son. Thank you. Puff. So. Vorschwool. Tja, easy going. So. Für diese Zombies ist bald alles im Eimer. 78 Levels übrig. Cypher, sozusagen. Ja Guuuuut, starten wir mal mit Level Acht weiter. Acht, 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 сот. Level 8. Level 8. Level 8 Level 8 Level 8 Boom 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 Talapipaladu So Und schauen wir mal welche Pflanze nehme ich denn noch mit Eine billige Pflanze am besten Hmmmm 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 Nimm ich die Pflanze mit Und los geht's Ist nicht billig aber YOLO Nicht billig aber YOLO So Wo kommt denn der erste Zombie Damit ich gleich die Kartoffelmine drauf pflanzen kann Was Dirk so ein Zombie Hmmmm Geht ja schonmal Gut los Nicht Schonmal nicht gut los Und Kabumm Schon wieder sein Zombie Na bitteschön Kannst du gerne haben Komm Dann tue ich hier schon mal einen Doppelschute hin So Wunderbar 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 Ach stimmt Da war ja was Ach stimmt da war ja was Da war ja was Da war ja was Aber sind alle nur normale Zombies von daher Ist das jetzt hier kein Problem Wunderbar Das ist jetzt hier kein Problem Wunderbar So Patsch 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 Nur so wie der hier. Oh gut, beruhigt, 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 beruhigt. Wunderbar. Das haben gerade wie gerufen. Dann pflanze ich mal diese Pflanze dorthin. Juuu, ha ha ha. Ruhig hier auf die Doppelsohnblume hin. So. Wunderbar. 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 New. So. Wunderbar. Irgendwie. Ah, ich benutze einfach mal ein Power-Up. YOLO. Power-Up verwenden. For the win. So. Wunderbar. Wunderbar. mega klasse einfach mal so machen dann hier einfach mal machen oh Gott oh Gott oh Gott die Lehm muss ich irgendwie noch saven So. Gut. Hoch holen. So. Wunderbar. Auch wenn es ziemlich knapp war. Auch wenn es ziemlich knapp war. Für diese Zombies ist bald alles im Eimer. 57 Zombies bleiben übrig. Och komm, dann machen wir noch eine Piñata-Party. Überlebung beschützt die bedrohten Pflanzen. Okay, okay, okay. Okay. Und dann schauen wir mal. Okay, mehr Packscheuze bekomme ich wohl nicht. Und hoffen wir mal, dass alles gut geht. Oh, ich brauche das Eis, ich brauche das Eis, ich brauche das Eiding. Eiding vor allem. Brauche das Eisding. Hier. Bitte fressen. Hier auch, bitte fressen. Hier bitte einfrieren. Hier bitte fressen. Danke. Hier auch, bitte fressen. Hier auch, bitte fressen. Danke. Hier auch, bitte fressen. Hier auch. bitte fressen. Dinger drauf. Wunderbaa. Hier auch. Bitte fressen. Du auch. Bitte fressen. Bitte fressen, ja? Gut. Hier bitte auch. Bitte fressen. Einmal Dinger drauf. So, bitte fressen. So. Lär doch total clear hier. Hier. Oh, wie sich das anhört. Einfach mal so mega episch. Die Zombies, das hat eben weniger Bohnen essen. Die müssen weniger Bohnen essen. Weniger Bohnen essen. Das würde denen mal gut tun. Ich hab nix gesagt. Wir haben nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Nein. Ach, Menno. Das kommt davon, wenn man die Zombies mobbt. Aber ich sag mal an dieser Stelle, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Blends vs. Zombies 2. Hörn, 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 hörn. hörn, 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 hörn